Die heutige Aufgabe als AGS gehört auch die Wäschpflege und Wäschwäsche, Wäschwäsche und Wäschwäsche und Wäschwäsche. Heute müssen wir die Wäschwäsche zusammenlegen. Die AGS gehört auch die Reinigung und ich finde das sehr schön, weil es auch mal ein Kontrast gibt zu den Plänen oder zu der Aktivierung. AGS gewählt, weil ich gerne mit dem Sozialleben und mit Menschen arbeiten wollte. Und ich finde das ein sehr facet der Reichenbrief. Ich kann sehr viel machen. Ich kann zum Beispiel auch dokumentieren, ich kann pflegen und ich kann die Wäschwäsche aktivieren.